Hallo liebe Handballfreunde, herzlich willkommen zu Sport in Schwerin. Heute mal nicht aus Schwerin, heute sind wir in Krivitz in der Halle Neustadt, wo die Damen des Krivitzer SV auf den Rostocker HC treffen werden. Und uns liegt heute nicht nur der Sieg am Herzen, sondern auch des Trainers Geburtstag. Der wurde heute 34 Jahre alt und so hoffen wir natürlich umso mehr auf einen Sieg und dadurch auch ein schönes Geburtstagsgeschenk für ihn. Und nun noch ein kleiner Gag für den Trainer zum Geburtstag. Alles Gute, Roberto! Gute, Gute, Gute! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.